Hallo, da bin ich wieder mit einer Runde Dead by Daylight und ich spiele die Clodette mit ihren einzigartigen lehrbaren Perks. Ich hatte eigentlich auf dem Plan, dass ich als nächstes Adam spiele, aber ich habe überlegt, dass ich ein bisschen zu wenig die Standardcharaktere spiele. Oder steht da jemand einfach rum? Hallo, hallo. Okay, cool. Genau, und ich spiele ein bisschen zu wenig die Standardcharaktere, dachte ich mir, obwohl die echt gut sind, gerade zu Beginn sehr empfehlenswert. Ich habe einen Terrorradius, aber ich sehe niemanden. Tja, da oben. Ne. Warum sehe ich denn niemanden? Ah, deswegen. Na gut. Ähm. Ja, also die einzigartigen Perks von Clodette sind nämlich ziemlich schön für den Anfang. Ich ziehe jetzt einfach durch. Bin jetzt nicht so weit gekommen, um nicht fertig zu werden. So. Ähm. Sind gerade für den Beginn total cool. Ach, man merkt, ich habe lange nicht mehr gespielt. Ähm. Denn Selbstversorgung ist zwar für später nicht so hilfreich, weil Selbstversorgung sehr viel Zeit kostet. Aber für den Anfang ist es total gut, wenn man damit die Fähigkeit freischaltet, das ist das Perk links, ähm, sich selbst zu heilen. Und das ist auch ein Perk, was ich trotz allem am Anfang freischalten würde, auch wenn, ähm, ich jetzt nicht empfehlen würde, es später mitzunehmen, aber für den Anfang ist es ganz schön. Okay. Äh, sie ist da hinten noch in der Jagd. Hm. Und ich gehe mal... Weil die beiden schon gemacht wurden, möchte ich eigentlich nicht den machen, sondern eher einen in der Ecke. Weil wir uns ziemlich festfahren sonst. So, und verstecken. Ähm, ja, mit Selbstversorgung kann man die Fähigkeit freischalten, sich eben selbst zu heilen. Und zwar mit 50%iger Geschwindigkeit. Ähm, dann habe ich das Perk Einfühlungsvermögen, das nehme ich ja immer mal gerne mit. Ähm, mit dem Perk schaltet man die Fähigkeit frei, Verletzte in einem Radius von 126 Metern zu sehen, wenn es auf Stufe 3 ist. Also es ist auch sehr gut, äh, weil man dann immer sehen kann, da hinten wurde jemand verletzt, den müsste ich jetzt eventuell heilen. Ähm. Oder aber... Man sieht halt auch, dass sie jetzt in der Jagd ist, weil sie sehr tolerant und so ausweichend im Zickzack läuft, mal hoch, mal runter. Also dafür ist das Perk halt auch ganz praktisch für den Anfang. Ähm, und ich habe botanisches Wissen mit. Erst auf Stufe 2 und mit botanischem Wissen... Uh, jetzt liegt es ja an mir. Ähm, mit botanischem Wissen kann ich, wenn ich es auf dem Zähler 3 hätte... Ähm... Die arme Spirit, die wird hier auf jeden Fall gleich campen. Äh... Genau, schneller heilen. Und zwar nicht nur mich selbst, sondern auch alle anderen. Ähm, mit... Also im Moment 22% schneller. Aber auf Stufe 3 wären es 33% schneller. Oh, shit. Mach mal schnell auf hier. Nein, geh weg da! Bist du bescheuert? Ah, jetzt habe ich sie beleidigt. Das tut mir voll leid. Aber ich bin gefährdet. Und sie hat Nöt. Das heißt, alle sind gefährdet. Mich kann sie jetzt morien, weil sie Hass dabei hat. Ähm, ach ja. Und... Das war Nöt. Niemand entrinnt dem Tod. Und sorry, Leute. Aber ich muss raus. Ein bisschen doof, aber... Äh... Ja, wir sind so durchgerusht jetzt. Und ich möchte jetzt nicht als einzige gemurriert werden. Ein bisschen Angsthase. Ich gucke mal noch kurz zu. Ähm, die haben ja Nöt jetzt gerade zerstört. Ja, sie ist auch schon wieder aufgestanden. Das heißt, es funktioniert. Die kommen trotzdem raus. Die sind ja auch zu dritt noch. Sie ist irgendwo da. Ach, im Ausgang. Kannst du einfach gehen, oder nicht? Hat sie immer noch Nöt. Weil das nicht Nöt. Okay. Ich habe keine Ahnung, was die da machen. Die andere ist auch schon rausgegangen. Also, sie versucht, die noch im Ausgang zu treffen. Aber sie könnte ja... Oder ist Nöt immer noch... Nee, Nöt ist weg. Sie ärgert die einfach nur. Kann ich nicht verstehen. Ja, aber ich bin rausgekommen. Ich habe die Perks kurz und knapp erklärt. Ähm, wenig Punkte, aber für sie natürlich noch weniger Punkte. Ja, hier mit Hass. Oh, das hatte ich mit der Nia letztens schon mal, dass ich... Aber ich war nicht ziel der Besessenheit. Hm. 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 Ja, und, ähm... Das Ziel der Besessenheit ist dann gefährdet und du kannst diesen Überlebenden töten. Heißt, mit eigenen Händen töten. Heißt, sie hätte mich morien können. Ähm. Spione des Schattens. Das ist die Krähen einem. Das anzeigen Nöt und Ruin. Ja. Ähm. Wir sind ziemlich durchgerusht, deswegen gab es nicht so viele Punkte, aber ich habe die Trophäe bekommen. Ich habe keine Haare mehr auf dem Kopf. Wurden mir weggefressen. Ähm. Habe ich auch nicht anders verdient. Ich bin wie ein Angsthase rausgegangen, aber die hatten das ja auch alle im Griff. Also... GG und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.